Es hat Gäste? Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gibt's schon nen Weg. Da ist irgendwie was! Hey! Das war Ascha! Das war die Kräste! Das war die Kräste! Ja, wir können den Schnappen zurück. Mein Geist ist auf dem Schnappen! Der Fall ist auf dem Schnappen! Oh, das ist gut! Das war's für heute. Das Ding hat uns den Weg freigeräumt. Direkt in die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden. Den wir zu, haben wir 두 aus. Tja, jetzt ist es raus. Nicht schält uns auf. Zumindest dich nicht. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nummerier schon mal deine Bolzen, Blashtlotz. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Jetzt dauert es nicht mehr lang und wir sind wieder zuhause. Glaubt mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Wenn du nicht so grantig bist vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Ah, heh, heh! Nooo! Worauf wartest du? Öffne die Tür! Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht's schon ran mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie's scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboter-Teile geschickt haben? Ach, die Schatten...